Die Sackgasse weg. Wahrscheinlich wird mich die Stadtverwaltung jetzt schon tierisch hassen. Aber egal. Die Station heißt dann Shimaoka. Shimaoka Bohrinsel. Oh, hier greift ein Schiff ab. Was ist denn da los? Wo fährt denn das hin? Ach, da drunter. Nö, das ist jetzt aus. Das ist vorbei. Ich finde das witzig, dass das gar nicht erkennt, dass es von dem Zug bedient wird, die Station. Ne, du fährst einfach jetzt hierher. Ne, ne, ne. Das lässt du mal schön dem Zug. So, der ist jetzt voll. Dann bin ich ja mal gespannt. Shimaoka Bohrinselblick. Also fährt erst mal ins Depot rein. Da können wir jetzt mal noch einen Passagierzug loshauen. Gehe ich da auch auf Kapazität? Ja, würde ich sagen, ne. Soll alles raushauen, was geht. Achso, ist er bloß. Der hat 130 Passagieren. 90. Er kann bloß 100 fahren. Spurweite schmal. Ich glaube, den kann ich nicht auf 7, auf 7, äh, was habe ich denn jetzt gemacht? Der geht, glaube ich, nicht auf eine 7er Länge, oder? Doch. Oh, der hat aber ganz schön Betriebskosten. Eieiei, der muss sich jetzt rentieren. Apropos rentieren. Gucken wir mal, was der hier macht. Also wenn der jetzt nicht mindestens 10 Millionen neue Yen hier einbringt, dann raste ich aus. Los, komm, hau die Kohle raus. Was? Das lohnt ja gar nie. So, wirst du mich verarschen? Ach, den kann man wieder nur entweder so, was sagt der hier? Ach, der kann wieder nur ein Teil, ne? Leider. Ach, der kann wieder nur ein Teil, ne? Leider. Ja, dass das nicht lohnt hier mit dem Öl, das ist ja auch... Ich dachte, der schmeißt mir ja gleich finanziell die Prügel raus hier. Ne, gut, es kann natürlich auch sein, dass der jetzt erstmal warten musste. Kürzer geht die Strecke. Na gut, der könnte auch hier vorne rausfahren. Können natürlich noch mit dem Schiff eine Transferverbindung darüber machen, aber ich glaube, das wäre dann schon ein bisschen lächerlich fast. So, was haben wir hier für einen Verkehr? Postsäcke und Passagiere, die jetzt hinter dem Post hängen bleiben. Boah, es sind ja schön viele Warenkisten, die die hier raushauen können. So, jetzt kommt der hier an. Der wird natürlich nicht gleich hier voll werden. Der fährt auch gleich wieder zurück. Achso, nehm ich auch hier Passagiere an. Ja, Passagiere und Post. Das heißt, wir werden hier schön voll machen. Wie viel kann der aufnehmen? Ich glaube, Farbgehebung hat er zwar irgendwie gemacht, aber... 910 Passagiere. Das heißt, der macht ihm das Ding ja fast leer. Da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wir werden uns ja den 500 Milliarden nähern. Vielleicht lohnt sich die Strecke dann nur, wenn man einen Zug hat, der weniger, der hat 3 Millionen Betriebskosten im Jahr. Da muss er sich aber auch lohnen dafür. Ich glaube, das war schon die bessere Idee, hier innen zu nehmen, wo 2 in der Reichweite sind. Ich glaube, das war schon die bessere Idee, hier innen zu nehmen, wo 2 in der Reichweite sind. So, wo ist er denn jetzt hier? Wir werden ihn jetzt gleich live begleiten, wie er an den Bahnhof reinfährt. Entschuldigung. Tausende von Leuten, nämlich genau 1404, warten drauf, dass dieser Zug einfährt. Oh, guck mal, wie lang das ist. Und der passt perfekt rein. Zack. Und jetzt erstmal richtig schön voll machen. Während der Passagierzug gegenüber 1,2 Millionen Grad gemacht hat. Das ist auch noch eine Diesellok. Schon ist die Passagierbewertung auf mittelmäßig gestiegen. Jetzt bin ich mal gespannt, was der an der Öl am Öl-Dings macht. Wir werden das mal live verfolgen, als kleine Fahrt. Da geht gerade ein Schiff ins Depot. Und kommt vorne wieder raus. Aufpassen, dass er nicht gegen den Brückenpfeiler fährt. Das war, glaube ich, sonst ungesund für die 910 Fahrgäste. Da kommt der Öl-Zug entgegen. Muss jetzt warten. Da behindert jetzt noch einen anderen Passagierzug, aber das ist eine kleine Verzögerung. Da kommt jetzt noch eben Wertsachen oder Post- oder Warenzug entgegen. Und wieder Gegenverkehr. Ein schnellerer Passagierzug. Aber wie gesagt, der hat 900 Passagiere drin. Da ist es, glaube ich, wirklich nicht optimal, wenn man da schnell fährt. Sondern da kann es auch mal eine Runde gemütlicher angehen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Der Öl-Zug hat 500.000 gebracht. Da denke ich mal, dann bringt der vielleicht, ob der eine Million knackt. Werden wir jetzt gleich sehen. Ich bin gespannt. 1,2. Ganz knapp jetzt im Plus. Hat ein paar Passagiere mitgenommen. Aber wird wahrscheinlich gleich wieder ins Minus rutschen. Na ja, müssen wir mal beobachten. Sonst müssen wir halt einen Zug nehmen, der ein bisschen geringere Betriebskosten hat. Auf der Rückfahrt jetzt in die Stadt wird wahrscheinlich nicht viel machen. Aber immerhin war jetzt hier mal Schichtwechsel. Wir haben jetzt hier alle 900 Mitarbeiter, die hier so verteilt sind, gewechselt. So, der ist wieder da. Na gut, man hätte natürlich auch einen Kombinationsverkehr machen können. Man hätte hier Öl und Passagiere. Wobei... Das wäre eigentlich nicht so gesund, wenn was passiert. Aber der wird immerhin schon direkt, wenn er ankommt, zur Hälfte voll. Das ist schon mal gut. Passagiere sogar hier Öl. Gut. 57 Prozent. Kann ich die ja nicht... Ach jetzt. Info. Na, kriege ich das auch von dir, die Info? Wo muss ich denn dort hinklicken? Hallo? Jetzt. Guck mal, 57 Prozent befördert. Bei Öl? Das ist schon mal nicht schlecht, finde ich. So, gucken wir mal, was der jetzt einbringt. Ist jetzt schon wieder im Minus, ins Minus gerutscht. Aber wieder plötzlich die Passagiere wachsen. Das ist ja übel. Waren da vorher nur 1.000 und drin und jetzt eine Verdopplung. Einfach nur, weil sich die Bewertung jetzt verbessert hat? Oder wie? Das wäre ja heftig. 97.000. Eieieiei. Ich weiß nicht, ob das rentabel zu betreiben ist. Hier die Strecke. Aber er macht es erst mal wieder voll. 2,7 Millionen. Das sind 3 Milliarden Grenze. Und pünktlich mit diesem Jahreswechsel, würde ich einmal sagen, bin ich die Aufnahmen und verabschiede mich von Shimaoka Bohrinselblick. Jawohl, die längste Station bisher hier im Let's Play. Und in der 6. Staffel meine ich natürlich 2 x 7 breit. Ich glaube, länger gab es das jetzt noch nicht. Wahrscheinlich. Oder hier? Was ist mit der hier? Ne, das ist auch bloß 1, 2, 3, 4, 5. Ne, das sollte tatsächlich bisher die längste Station sein. Und ja, dann müssen wir das Experimenten mal in den nächsten Tagen, in den nächsten Aufnahmen. Mal gucken, wenn man jetzt einen Zug mit geringeren Betriebskosten für die Passagiere nimmt, was dann rauskommt. Aber das machen wir in der nächsten Aufnahme. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Ihr wisst ja, kostenlos die Glocke drücken, kostenlos abonnieren und so weiter und so fort. Und dann verabschiede ich mich. Macht's gut. Auf Wiedersehen und tschüss.